Hallo ihr Lieben, ich grüße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Am 13. Juli hatte ich auf YouTube ein Video veröffentlicht, warum mache ich kaum noch Videos, was ist passiert. Das Video ist auf große Resonanz gestoßen, das hat mich wirklich sehr überrascht. Das Video hat mittlerweile über 30.000 Aufrufe. Ich weiß gar nicht, ob das mir in meiner YouTube-Karriere, wenn man so davon sprechen kann, schon mal passiert ist, dass ein Video innerhalb so kurzer Zeit so hohe Aufrufzahlen hat, also für meine Verhältnisse, hohe Aufrufzahlen. Also das Video ist gut bei euch angekommen. Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, das Video zu schauen und auch noch kommentiert haben. Es gab viele Kommentare drunter, auch sehr wohlwollende Kommentare. Vielen Dank, es gab auch einige Fragen und ich möchte dieses Video nutzen, um auf einiges einzugehen, einige Fragen zu beantworten, die vielleicht jetzt kein Video füllen könnten. Es wird dann noch einige Videos zu Themen geben, die unten, also unter dem Video in den Kommentaren angesprochen wurde. Ich glaube, es gab sogar einen Kommentar darunter, warum machst du denn jetzt keine Videos mehr? Ich hatte es ja in diesem Video berichtet. Ich habe mittlerweile ja schon fast 800 Videos und habe regelmäßig Content gegeben zu dem Thema Ernährung, vor allem pflanzenbasierte Ernährung, Rohkost, Sprossen, schleimfreie Heilkost, Entgiftung. Und es war einfach Zeit, mal was anderes zu probieren. Und ich habe auch gemerkt, ja, dass meine Energie, mein Fokus ist einfach in die andere Richtung gegangen. Also ich arbeite viel im Hintergrund. Ich war ja die ganze Zeit auch auf Instagram und Telegram sehr aktiv. Also ich arbeite auch so im Hintergrund, dass man das einfach nicht sieht. Also viel auch eins zu eins mit Menschen, auch was das Thema ganzheitliche Entgiftung angeht. Also auf mehreren Ebenen auch die seelischen Themen, die Traumatast, die damit einfach auch hochkommen können. Da kamen auch einige Fragen dazu. Da wird es auch mehr in den nächsten Monaten hier auf diesem Kanal geben. Und ja, ich habe einfach gemerkt, der Fokus ist dahin gegangen. Das ist etwas, was mich sehr erfüllt, die Menschen da zu begleiten, weil ich finde, in der heutigen Zeit ist es wirklich wichtig, auf eine gute Entgiftung zu achten, die auch auf ganzheitlicher Ebene wirkt. Und es ist eine Arbeit, die mir wirklich sehr viel Spaß und Freude macht und die mich auch sehr erfüllt. Nichtsdestotrotz habe ich mich entschlossen, jetzt wieder mehr Videos zu machen. Also einzelne Videos, wo ich einfach ein paar Themen anspreche, sowie auch Interviews, die ich in den nächsten Wochen mit verschiedenen Menschen, die ich sehr wertschätze, aufnehmen werde. Dann gab es noch einige Kommentare dazu, warum das Video so stark geschnitten ist. Ich muss sagen, ich schneide ja meine Videos schon ganz lange nicht mehr. Das macht mein jetzt 18-jähriger Sohn für mich. Mir ist es dann schon aufgefallen, ja, es war mir ein bisschen zu stark geschnitten. Ich habe ihn dann auch gebeten, beim nächsten Mal nicht zu eng zu schneiden, sondern auch mal ein paar Pausen zu lassen, weil das stimmt schon so. Wenn dann die Sprechpausen fehlen, wenn alles so hart geschnitten wird, das kann schon etwas unnatürlich wirken und ist ja eigentlich auch gar nicht so mein Stil. Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich werde in Zukunft darauf achten, dass es nicht ganz so eng geschnitten wird. Einige schreiben unter den Kommentaren, dass ich gefühlt in den Videos immer jüngerer aussehe und haben sich da sehr wohlwollend geäußert. Also ich kann euch nur sagen, der Alterungsprozess macht auch bei mir nicht halt. Vielleicht ist es das Licht, vielleicht ist es die Kamera. Also auch ich habe Falten, gerade wenn ich lache, sieht man eben auch Lachfalten und ich versuche einfach, ja natürlich zu altern, einfach positiv damit umzugehen. Ich retuschiere auch meine Fotos nicht, also ich halte davon nicht so viel. Ich will immer so authentisch wie möglich auftreten. Wenn ich mir alte Fotos von mir anschaue, mit heute vergleiche, kann ich auf den ersten Blick keine großen Unterschiede erkennen, bis auf einen gewissen Reifeprozess, den auch ich durchlaufe. Also gleiche Körperstatur, gleiche Haarlänge, gleiche Frisur, gleiche Haarfarbe. Man sagt ja immer, wenn Menschen neue Kapitel im Leben beschreiten oder eine gewisse Transformation stattfindet, dann sieht man das auch im Äußeren. Gerade bei Frauen neues Make-up oder neue Haarfrisur, neue Haarfarbe, neuer Kleidungsstil oder auch die Körperstatur ändert sich etwas, wenn es auch um Gewichtabnahme oder Zunahme geht. Ich muss sagen, bei mir hat sich im Äußeren wirklich nicht viel verändert. Ich habe nicht mal Tattoos oder Piercing. Also ich bin wirklich für Unversehrtheit, körperliche Unversehrtheit auf mehreren Ebenen. Und ich will nur sagen, aber im Inneren hat sich bei mir so viel getan. Wenn ich die letzten 20 Jahre mir anschaue, was da für eine Transformation angefangen hat oder auch schon mit meiner Rohkusternährung, was sich da schon in mir bewegt hat. Und vor allem auch noch mal in den letzten Jahren hat so eine unglaubliche Transformation stattgefunden, was man im Äußeren gar nicht sieht. Also im Inneren gab es eine ganz intensive Umkehr von dem, was ich fühle, von dem, was ich hier oben wahrnehme, wie ich die Dinge sehe. Meine Perspektiven und Blickwinkel haben sich stark geändert. Und das war wirklich eine, ja, wirklich eine sehr wertvolle Transformation. Ich bin sehr dankbar, auch so meine emotionalen Themen angegangen zu sein, auch meine Traumata es mir angeschaut zu haben. Und ich kann jedem Menschen nur raten, diesen Weg zu gehen, sich zu seinem Kern hinzuarbeiten und wirklich der Mensch zu sein, in der man wirklich ist, wirklich sein Potenzial zu leben. Also es kann ich nur jedem wünschen, dass er diese Möglichkeit hat, sich selbst zu erkennen, sich selbst so wahrzunehmen, wie man so von der Natur aus wirklich auch isst. Unter dem Video haben sich auch einige wieder Rezeptvideos, Küchenvideos, auch vegane Kochvideos gewünscht. Ich werde mal schauen, wie ich das so umsetzen kann. Bei mir ist es so, dass ich in den letzten Jahren dahin gekommen bin, immer einfacher zu essen. Ich esse auch fast immer das Gleiche. Es gibt immer mal Variationen, saisonal, regional, auch den Jahreszeiten bedingt. Aber ich experimentiere aktuell nicht mehr so sehr, wie in den ersten Jahren meiner Rohkostzeit, wo ich euch auch ganz viel hier auf meinem Kanal gezeigt habe. Wer mir auf Telegram und Instagram folgt, da wird wissen, wie meine Kost aktuell aussieht. Da teile ich immer mal so ein paar Impulse. Aber ich werde schauen, ob ich auch mal wieder ein Food Diary mache mit meinen Söhnen. Oder wenn wir so Gemeinschaftsessen, das pflegen wir ja auch sehr, wenn es das mal wieder gibt, dass ich euch einfach mal mitnehme, was wir in der Gemeinschaft dann essen. Und ich denke, es ist auch immer wertvoll, Impulse zu bekommen und so ein paar Anregungen für einfach eine gesunde Ernährungsweise. Folgenden Kommentar habe ich unter meinem Video gelesen. Ja, die Themen, die mich so interessieren, die ich für mich in den letzten Jahren erschlossen habe, die mir auch ein gewisses Verständnis gebracht haben, was gerade im Außen mit uns passiert. Also ich meine es wirklich so, wie ich sage, die Zeit ist dafür noch nicht bereit. Also dass die Masse das so aufnimmt. Also ich glaube, wenn man diese Themen nach außen trägt, wird man sehr angefeindet. Also ich bin da eher vorsichtig. Ich tausche mich wirklich nur in einem ganz kleinen Kreise von Freigeistern, ganz frei und ohne Wertung darüber aus. Das würde ich jetzt wirklich nicht mit Menschen tun, die ich persönlich nicht kenne. Und selbst in meinem persönlichen Umfeld gibt es auch nur bestimmte Leute, mit denen ich da in diesen Austausch gehe. Und ich wünsche mir für jeden, das habe ich auch mal an der Sprachnachricht auf Telegram, habe ich das auch mal geäußert. Ich wünsche mir wirklich für alle Menschen, dass sie mindestens eine Person in ihrem Umfeld haben oder einen Menschen, mit dem sie sich ganz freigeistig über alles, was sie bewegt, austauschen können. Ja, ich bin, bei mir rattert es wirklich auch viel im Kopf. Also ich mache mir wirklich viele Gedanken um die Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, um einfach auch Dinge, die heute passieren, besser einordnen zu können. Das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, auch diese C-Zeit besser einordnen zu können. Aber ich sehe mich jetzt hier nicht als Mensch oder als Impuls, also ich sehe mich als Impulsgeberin, nicht als jemand, der euch eine Wahrheit vorgibt. Also ich denke, die Wahrheit kann man nur an sich selbst fühlen. Und es bedarf gewisser Schritte, gewisse Schleier müssen gelüftet werden, um gewisse Dinge einfach auch damit in Resonanz zu gehen und so wahrzunehmen, wie sie vielleicht wirklich sind. Also ich verstehe mich wirklich auch als Impulsgeberin, die viele Impulse, was Ernährung und Gesundheit nach außen gibt und nur wenige Impulse, die darüber hinausgehen. Einfach nur, ich möchte die Impulse setzen, dass ihr selber auf die Suche geht und euch auch nicht an jemanden hängt, der vermeintlich die Wahrheit weiß und kennt. Ich denke, es ist wichtig, die Wahrheit hier drin zu spüren und damit wirklich in Resonanz zu gehen. Und selbst in vielen Aufklärungskanälen, gerade auf Telegram, wird auch viel mit Angst und Panik und in meinen Augen auch Falschinformationen und Ablenkung gearbeitet. Also es geht auch viel um Symptome, um Symptome statt wirklich um Ursachen. Also es ist so eine Art Empörungsmanagement, die Leute immer in Empörung zu halten. Und ich denke, in der heutigen Zeit ist es wirklich wichtiger, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, Zeit für das zu nehmen, was wirklich wichtig ist. Die eigenen Familie, Freunde, sich viel in die Natur begeben, sich viel zu erden, sich wirklich gut in der Balance zu halten, das ist wirklich wichtig. Und sich nicht mit so vielen Falschinformationen und Verwirrungen von sich selbst ablenken zu lassen. Noch ein Kommentar unter dem Video. Ich mochte die Food Diaries, Wildkräuter Vitis und auch die Potluck sehr gerne. Worauf ich persönlich immer sehr allergisch reagiere, allgemein und gar nicht mal auf den Kanal bezogen ist, wenn man mich belehren, erziehen will, die Infos ein Gefühl von, ihr habt ja alle keine Ahnung, wir wissen es besser vermitteln. Dazu hat vor allem die letzte Zeit geführt, da habe ich meine sozialen Netzwerke und Freundeslisten ordentlich aussortiert. Ein wichtiger Kommentar und ich sehe mich wirklich als Impulsgeberin. Also ich versuche nach draußen einfach nur Impulse zu geben. Ich spreche von meinen Erfahrungen, von meinen Gedanken. Ich teile kleine Impulse und ihr könnt einfach schauen, mit was resoniert ihr und gerade auf der Ebene von Ernährung, Gesundheit, was lässt sich in euren Alltag integrieren. Also ich zeige euch schon seit vielen Jahren meinen Weg und das heißt nicht, dass dieser Weg für euch alle der richtige ist. Ihr könnt euch Impulse mitnehmen und so verstehe ich mich auch als Impulsgeberin. Und ich wünsche mir sehr, dass jeder seine eigene Wahrheit findet, seinen eigenen Weg, was auch die Ernährung, die Gesundheit angeht. Das heißt nicht, dass für alle Menschen, die 100%ige Rohkost oder 100% vegan, der richtige Weg vorerst ist. Deswegen gebe ich nur Impulse in diese Richtung und ihr schaut einfach, was fühlt sich für euch aktuell stimmig an. Es kam auch Interesse auf, was die Ernährung meiner beiden Söhne, diese mittlerweile 18 und 14 angeht. Da hat sich natürlich auch noch mal ein bisschen was geändert. Ich bin ja nie so dogmatisch damit umgegangen. Das hatte ich ja auch in Videos berichtet. Also ich konnte auch nicht aufgrund der Familiensituation. Ich musste da ein Stück weit loslassen und das war wirklich auch ein guter Prozess für mich und auch für meine Söhne, dass sie da nicht einen gewissen Zwang unterlagen, sich einer gewissen Ernährungsweise unterwerfen zu müssen. Mein jetzt 18-jähriger Sohn ist zum Beispiel von selbst aus Vegetarier. Also er hat ja früher auch alles gegessen. Nur bei mir gab es eben eher vegane Kost oder viel Rohkost auch, also pflanzenbasierte Kost. Und jetzt hat er sich entschlossen vor ein paar Monaten, er isst vegetarisch, egal wo er isst. Selbstbestimmt Vegetarier. Das ist jetzt aktuell sein Weg. Zu dieser Thematik Ernährung mit meinen Söhnen wird es sicherlich auch noch mal ein Video geben, vielleicht sogar ein Interview mit der Maria von Raw Food, vielleicht auch auf ihrem Kanal. Wir wollten da in Kürze auch noch mal ein Video aufnehmen. Sehr großen Anklang fand die Thematik innere Themen aufarbeiten. Welche Methoden, welche Technik ich dazu verwende. Also dazu wird es dann auch in den nächsten Monaten hier einiges geben. Ich habe schon eine gute Freundin, mit der ich auch einige Themen angegangen bin, schon gefragt, ob wir dazu mal ein Interview machen, weil sie ist wirklich sehr gut, auch was die seelischen und emotionalen Themen angeht und hat mich bei meiner intensiven emotionalen Entgiftung letztes Jahr da sehr gut begleitet und unterstützt. Folgende Frage habe ich unter meinem Video gelesen. Wie finde ich für mich persönlich eine Ernährung und Lebensweise, die mir gut tut? So dieser Thematik gerade auch was Ernährung angeht, habe ich mindestens schon ein, zwei Videos gemacht. Ich meine mit dem Tobias Steinhäuser und auch mit der Ulrike Eder, da ging es so um diese Verwirrung in der Ernährungslehre, weil es eben so viele verschiedene Ernährungsrichtungen gibt, ob das Rohkost ist, vegane Kost, schleimfreie Heilkost, Makrobiotik, Paleo Ernährung, dann gibt es ja auch Low Carb, also es gibt ja verschiedenste Ernährungslehren und ja, was ist so die richtige Ernährung für jeden Einzelnen und ich denke, wir sind uns einig, dass eine Industriekost, also eine Kost, die vorrangig aus stark verarbeiteten Lebensmitteln besteht, mit vielen E-Stoffen oder Konservierungsstoffen nicht in unserem Sinne ist, nicht für uns Menschen geeignet ist, auch keine Lebensmittel aus der Massentierhaltung. Ich würde mal sagen, biologische, organische Lebensmittel sollte einen großen Teil der Ernährung ausmachen, auch eine vitalstoffreiche Ernährung eben mit Sprossen, Mikrogrün, Wildpflanzen, ob man dann noch tierische Produkte integriert, das ist so die eigene persönliche Entscheidung, entweder aus gesundheitlichen Gründen oder ethischen Gründen oder auch aus ökologischen Gründen, es kann ja verschiedene Gründe sein, warum man sich für oder gegen eine pflanzliche Ernährung entscheidet und das ist wirklich ein ganz eigener, individueller Weg, was lässt sich erst mal umsetzen im eigenen Alltag, auch auf gesundheitliche Ebene muss man da schauen, also ich bin seit meinem 16. Lebensjahr Vegetarierin und ernähre mich schon einen Großteil meines Lebens pflanzenbasiert und ich weiß, das ist meine Ernährungsweise, diese Ernährungsweise ist für mich gut geeignet und ich weiß aber auch, mein Weg ist nicht der Weg aller Menschen, ihr müsst da einfach euren eigenen Weg finden, gerade inwieweit wollt ihr tierische Lebensmittel integrieren, welche tierischen Lebensmittel und ich denke, achtet einfach darauf, dass ihr echte Lebensmittel integriert, so frisch wie möglich, es darf auch ein gewisser Rohkostanteil dabei sein oder so wie ich das auch in der schleimfreien Heilkost empfehle, viel gedämpftes Gemüse mit einem Grünanteil, also ich würde euch auch empfehlen, immer einen gewissen Anteil an grünen Lebensmitteln zu integrieren, in Form von Wildkräutern, in Form von Mikrogrün, grüne Säfte könnt ihr euch pressen oder grüne Smoothies, also sollte immer ein gewisser, größer Anteil der Ernährung vitalstoffreich sein, lebendig sein und dann müsst ihr einfach schauen, was lässt sich in eurem Alltag integrieren, also ich rate sowieso davon ab, von heute auf morgen gleich 100% in die Rohkosternährung einzusteigen oder auch 100% in die schleimfreie Heilkost, die auch fettarm ist, ja, es gibt immer eine gewisse Übergangsphase, ihr müsst einfach schauen, was ist wirklich für euch durchführbar, was ist wirklich erstmal integrierbar, so dass ihr wirklich auch auf allen Ebenen genährt seid. Eine weitere Frage unter dem Video, mich würde interessieren, wie eine ihre Zähne optimal versorgt, wenn sie vorwiegend tierfrei und roh ist, habe Probleme nach drei Jahren vorwiegender Rohkost bekommen. Ja, die Zahnproblematik ist bekannt, auch unter Rohköstlern, gerade wenn der Anteil an Früchten hoch ist oder auch an Säure. Die Zähne der Menschen sind ja nicht gleich, manche haben halt nicht so eine gute Zahngenetik, haben einen dünnen Zahnschmelz, hatten vorher schon Zahnprobleme und da kann eine rohköstliche Ernährung mit viel Früchten und Säuren eher kontraproduktiv sein, zu dem Thema Zähne werde ich auf alle Fälle noch in den nächsten Monaten, ich weiß nicht, ob wir es noch im August schaffen oder spätestens September, ein Video mit dem lieben Henry machen. Der hat auch eine sehr interessante Zahngeschichte hinter sich und wird in diesem Video erklären, wie er seine Zähne stabilisieren konnte, wie sie seine Zahngesundheit verbessert hat und er hat da einen sehr konsequenten Weg eingeschlagen, aber für ihn wirklich sehr heilsam, was die Zähne betrifft. Eine weitere Frage, mich würde das Thema Schlaf interessieren. Wann gehst du schlafen? Wann und was isst du als letzte Mahlzeit? Wie schläfst du auf dem Boden und ohne Kissen? Wann gehe ich schlafen? Oft viel zu spät. Ich bin nach wie vor eine Nachtäule, obwohl ich immer versuche, zur Lerche zu werden, aber das ist gar nicht so einfach. Also es ist unterschiedlich. 23 Uhr, manchmal auch 1 Uhr. Also ich bin auch wirklich so ein Nachtmensch. Ich kann auch nachts gut Nachrichten beantworten. Ich kann nachts gut fokussiert arbeiten, mich in Themen einarbeiten. Ja, deswegen ist mein Schlaf nicht so, wie ich es mir manchmal wünsche. Also ich würde gerne früher zu Bett gehen und arbeite seit vielen Jahren dran. Ich glaube, das habe ich auch schon in einigen Videos erklärt. Wann und was isst du als letzte Mahlzeit? Also ich esse ja nur eine Mahlzeit am Tag, meistens zwischen 16 und 20 Uhr. Also irgendwann in diesem Zeitraum esse ich. Das ist eine Obstmahlzeit, meist Mono, entweder Melone oder Beeren oder Feigen aktuell. Und dann gibt es immer irgendeine Mahlzeit mit Gurken, geraspelte Gurken oder Salat. Also ich mache mir einen Salat mit Dressing oder einfach Gurken mit ganz Fischprossen, Mikrogrün, Wildkräutern. Ich schaue einfach auch gerade, was gibt es so an regionalem Gemüse und das esse ich dann. Das ist ja dann meine erste und letzte Mahlzeit am Tag. Ich schlafe immer noch auf dem Boden, ganz einfach mit meiner bunten, gehäkelten Decke, die ich doppelt lege, habe ich schon, da schlafe ich schon seit ein paar Jahren drauf, nach wie vor. Aktuell wieder mit einem flachen Kissen, muss ich dazu sagen. Ich habe ganz viele Jahre ohne Kissen geschlafen, aktuell wieder mit einem flachen Kissen. Teste das ein bisschen so für mich. Vielleicht mache ich auch noch mal so ein Update zu meinem Schlafverhalten. Mein ältester Sohn schläft wieder mittlerweile im Bett. Mein 14-Jähriger schläft auch nach wie vor am Boden. Also wir beide sind nach wie vor Bodenschläfer. Und auch sehr, also ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Körperlich überhaupt keine Beschwerden, keine Rückenbeschwerden, weil viele gesagt haben, ja, nach ein paar Jahren wirst du merken, Bodenschlaf ist nicht gut. Ich kann das nicht behaupten. Eine weitere Frage kam auf zum Thema vegan und rohvegan durch die Schwangerschaft und die Zeit danach, ob das geht und ob man das Kind auch vegan oder rohvegan ernähren kann. Ich meine, dass ich dazu schon mal ein Video mit der Maria von Raw Food gemacht habe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das hier auf dem Kanal veröffentlicht wurde oder bei Maria. Aber ich werde in Kürze auch wieder mit der Maria Videos aufnehmen und wir könnten ja noch mal so eine Art Aktualisierung machen, weil sie wirklich das konsequenter durchgeführt hat als ich. Hat ihr ja schon berichtet, worum es bei meinen Kindern rohvegan oder nur vegan nicht möglich ist und da kann ich gerne auch noch mal mit der Maria dazu ein Interview machen. Die letzte Frage für dieses Video. Mit was färbst du deine Haare? Im Alter zwischen 16 und 21, circa 21 Jahren, habe ich meine Haare gefärbt. Rötlich. Ich glaube, Kupfergold, Kupferblond, eher rötlich und in den letzten ein, zwei Jahren davon mit Henna, also einer natürlichen Haarfarbe und dann habe ich meine Haare wieder natürlich wachsen lassen. Also habe die Farbe rauswachsen lassen und seit 25 Jahren färbe ich meine Haare nicht mehr. Also das ist meine natürliche Haarfarbe, ein ganz normales Braun. In manchen Videos erscheinen meine Haare sehr dunkel, fast schwarz, aber ich habe meine Haare in den letzten 20, 25 Jahren überhaupt nicht gefärbt. Das ist da manchmal das Licht. Die Kamera, also das ist meine natürliche Haarfarbe. Es gab noch andere Fragen unter dem Video. Ich werde einige davon aufgreifen und als Videothemen dann hier auf diesem Kanal veröffentlichen. Das war es von mir. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, ganz viel Kraft, Zuversicht. Bis bald, ihr Lieben. Eure Silke. Töten, es gilt auch für sie. Töten, C- ihr Lieben. Töten, Vielen Dank.